Das heißt, das sind dann zum Teil so Ideen, die natürlich schon das philosophische Streifen, die ganz klar das rein musikalische Funktionale hinter sich lassen, die auch nicht dechiffriert werden können. Wenn man das nicht weiß, hört man das nicht. Aber es gibt diese Ebene, die mir halt sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass es auch darum gehen muss, eine Stimmigkeit zu erzeugen, die halt über das rein unmittelbar hinausgeht.